Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Hugen und dies ist ein Testimonial zur Instant-Change-Methode. Ich habe diese Methode mit der Luna Ruschinski durchgeführt. Das waren drei Sitzungen insgesamt und da ich selber eine Ausbildung zum Mentaltrainer habe, bin ich sehr gespannt gewesen, was jetzt sich noch zusätzlich verändert und diese Veränderungen waren mehr als exorbitant. Und ja, die Sonne scheint hier gerade im Hintergrund, das passt ganz gut zum Herbst und auch zu dem, was ich hier noch weitererzähle. Denn nach der ersten Anwendung hatte ich nachts ganz extreme Herz, ein extremes Herzbrochen, was ich mir gar nicht erklären konnte. Es war jetzt nicht irgendwie bedrohlich oder dass ich sagte, das ist jetzt unangenehm, aber es war sehr markant. Und nach der zweiten Anwendung in der sogenannten Delete-Phase, das sind diese Reaktionen, merkte ich, dass meine Ohren auf und zu gingen, wie als wenn man so eine Berg- und Talfahrt macht. Und das war insofern sehr markant, weil ich das so auch körperlich noch nie erlebt habe mit meinen jetzt 51 jungen Lebensjahren. Und das fand ich schon sehr krass. Als dritten Punkt hatte ich dann bei der dritten Anwendung wirklich so, dass ich auch wieder mal nachts aufgewacht bin nach der Anwendung und dann gespürt habe, dass da eine absolute Ruhe ist und dass ich irgendwie total gelassen bin. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Infolge dieser Behandlung passierte nur noch Folgendes. Einige Themen, die ich vorher hatte, waren nicht mehr vorhanden. Ich frage mich nicht, wie das funktioniert, aber es hat funktioniert. Und das bedeutete für mich, dass ich einige Ziele noch viel schneller erreichen konnte und keine Blockaden mehr gespürt habe. Und das, denke ich, ist auf jeden Fall dieser Methode zuzuschreiben. Und ich bedanke mich hier nochmal bei dem Entwickler, dem Daniel Weinstock und natürlich an seine Crew, all den Menschen, die jetzt ausgebildet werden in dieser Methode und natürlich allen voran der Luna Ruschinski, die mich da unterwiesen hat, also zumindest mit der Methode. Und der Erfolg daraus ist unbestreitbar. Also schaut euch das an und macht eure eigene Erfahrung und sprecht zum Beispiel mit der Luna Ruschinski. Schöne Grüße aus Königswinter und bleibt alle gesund. Tschüss.